Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nico Rittenau und wir befinden uns in einem weiteren Video aus der Themenreihe vegane Ernährung und Vitam B12. Im heutigen Video gehen wir der Frage nach, ob denn eine B12-Bedarfsdeckung durch Algen möglich wäre oder ob Algen zwar gesund, aber nicht B12-haltig sind. Generell, wenn wir Aussagen über Algen treffen, ist es schwierig zu verallgemeinern, denn es gibt vermutlich über 40.000 unterschiedliche Algenarten und das heißt, wann immer wir Aussagen über Algen treffen, dann müssen wir wesentlich mehr differenzieren. Denn nicht jede Alge ist überhaupt eine Pflanze. Grünalgen, wie beispielsweise die Chlorella, sind durchaus Pflanzen, während Rotalgen wie die Nori nur noch in die verwandtschaftliche Nähe von Pflanzen zu zählen sind und andere Algen, wie zum Beispiel die Spirulina, sind eigentlich gar keine Pflanzen, sondern sie sind eigentlich Bakterien. In Bezug auf den B12-Gehalt von Algen hat eine Untersuchung spannende Ergebnisse geliefert. Sie hat 326 unterschiedliche Algenarten untersucht und hat herausgefunden, dass mehr als die Hälfte von ihnen Vitamin B12 für ihren Stoffwechsel benötigt und damit auch in der Lage ist, größere Mengen an B12 zu akkumulieren. In diesem Kontext ist es auch wichtig zu erwähnen, dass nicht jedes Cobalamin, also jede Art von B12, in einer Alge automatisch auch bioverfügbar, also verwertbar für den menschlichen Organismus ist. Man weiß, dass sogenannte B12-Analoga, also Pseudocobalamine, zwar zum Teil für Algen bioverfügbar sein können, allerdings manchmal bis zu 80% der in Algen enthaltenen Cobalamine für den menschlichen Organismus nicht verwertbar sind. Die B12-Analoga können dabei im Gegenteil sogar die Aufnahme von aktiven Vitamin B12 reduzieren. Zur Beurteilung des Vitamin B12-Gehalts können unterschiedliche Testmethoden herangezogen werden. Es gibt veraltete bakterielle Testmethoden, beispielsweise mit dem sogenannten Lactobacillus Leichmani, die für den Menschen wenig aussagekräftig sind. Denn der Lactobacillus Leichmani kann mithilfe von B12 wachsen und anhand von dessen Größenwachstum werden an Rückschlüsse gezogen, wie viel B12 in einem Lebensmittel enthalten sind. Der Lactobacillus Leichmani kann aber Cobalamine verwenden, die der menschliche Organismus nicht verwenden kann und somit sind die Ergebnisse nur sehr bedingt aussagekräftig. Das Oberlandesgericht in Hamm hat in einem Gerichtsurteil sogar gesagt, dass die Bewerbung von Spirulina als B12-Quelle unlauterer Wettbewerb wäre. Auch der Dachverband der Verbraucherzentralen bezeichnet Spirulina-Produkte als keine B12-Quelle und dreht auch darüber hinaus davon ab, sogenannte AFA-Algen als B12-Quelle zu bezeichnen. Denn auch wenn die Untersuchungen zur AFA-Alge in Bezug auf den B12-Gehalt gemischt sind und einige Untersuchungen durchaus auch bioverfügbares B12 in der AFA-Alge finden, produziert die AFA-Alge in einigen Fällen sogenannte Algendoxine, die für die menschliche Gesundheit abträglich sein können. Das ist auch schon Grund genug, die AFA-Alge nicht zu konsumieren. Die Spirulina, auch wenn sie kein bioverfügbares B12 enthält, ist bei richtigem Anbau durchaus ein nährstoffreiches und gesundheitlich wertvolles Lebensmittel, aber eben keine gute B12-Quelle. Wenn wir mehr Sicherheit in der Frage nach den bioverfügbaren Cobalaminen in einem Lebensmittel haben wollen, dann sollten wir die sogenannte LCMS-Methode anwenden. LCMS steht für Flüssig-Chromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung. Diese Methode wurde in Untersuchungen auch erfolgreich angewendet, um beispielsweise den B12-Gehalt von Säuglingsnahrung differenziert und genau zu beurteilen. Ein weiterer Grund für die oftmals widersprüchlichen Aussagen zum B12-Gehalt in Algen ist neben den ungenauen Messmethoden auch noch die Veränderung der Cobalamine durch die Verarbeitung. In einer Untersuchung hat man beispielsweise festgestellt, dass in der rohen Nori-Alge bis zu 73% bioverfügbare Cobalamine enthalten sind, während in der getrockneten Nori-Alge ganze 65% Pseudocobalamine, also B12-Analoge, enthalten sind. Das heißt, wir sehen, dass vom frische Produkt zum getrockneten Produkt in dieser Untersuchung der B12-Gehalt an bioverfügbaren Cobalaminen sich drastisch verändert hat. Zu den vielversprechendsten B12-Lieferanten unter den Algen zählt definitiv die Chlorella-Alge. Die Chlorella ist unter allen Pflanzen eine der bestuntersuchtesten. Sie hat einen hohen Proteingehalt mit einer hohen biologischen Wertigkeit und enthält unter allen Pflanzen den höchsten Anteil an Chlorophyll. In einer Untersuchung konnte gezeigt werden, dass die Chlorella-Alge unter den richtigen Anbaubedingungen bis zu 200 Mikrogramm bioverfügbares Vitamin B12 pro 100 Gramm Trockenprodukt enthält. Dass es sich dabei um bioverfügbares B12 handelt, kann man durch die LCMS-Methode feststellen, denn diese kann die unterschiedlichen Arten von Cobalaminen unterscheiden. Was es damit auf sich hat, besprechen wir in einem separaten Video. Für den Moment reicht uns zu wissen, dass wir in einer Untersuchung 200 Mikrogramm Adenosylcobalamin, 17 Mikrogramm Methylcobalamin und 14 Mikrogramm Hydroxocobalamin in der Chlorella gefunden haben. All diese drei Cobalamine sind für den menschlichen Organismus bioverfügbar und machen die Chlorella-Alge unter den richtigen Anbaubedingungen so zu einer vielversprechenden pflanzlichen B12-Pelle. Für uns am Ende des Tages relevant ist aber die Frage, ob es denn Humandaten gibt, die diese vielversprechenden Ergebnisse weiter bestätigen können. Fairerweise gibt es zum heutigen Tag insgesamt nur sehr wenige Untersuchungen, die das überhaupt am Menschen untersucht haben und die, die es gibt, sind relativ klein und von kurzer Dauer. Trotzdem sehen wir zum Beispiel in einer Untersuchung mit drei Probanden, denen über zwölf Monate hinweg täglich 8 Gramm Chlorella verabreicht wurden, dass ihr sogenannter Homozysteinspiegel und ihr Serum-Vitam B12-Wert durch die Gabe von Chlorella verbessert werden konnte. Wie wir allerdings in einem separaten Video noch besprechen werden, sind diese zwei Parameter nicht die besten zur Beurteilung des Vitam B12-Werts. Was wir eigentlich sehen wollen, sind Messergebnisse des Holotranscobalamin, des Holotc-Wertes oder der sogenannten Methylmalonsäure. Beide wurden in dieser Untersuchung nicht gemessen. In einer zweiten Untersuchung wurden 17 Veganern über 60 Tage hinweg 9 Gramm Chlorella verabreicht und in dieser Untersuchung konnten die Methylmalonsäure-Werte um ein Drittel verbessert werden, die schon wesentlich aussagekräftiger sind und auch der Homozysteinspiegel konnte um 10% verbessert werden. Erneut wäre es hier noch schön gewesen, den Holotranscobalamin-Wert zu testen, denn dieser gilt als einer der aussagekräftigsten Werte zur Beurteilung der B12-Versorgung. Können wir also anhand der aktuellen Daten schon sagen, dass die Chlorella-Alge eine gute B12-Quelle ist? Wie der Biologe Jörg Ullmann in seinem Video-Interview zum Plan-Bis-Symposium sagte, kommt es in erster Linie auf die Anbaumethoden darauf an und er führt das im Video noch weiter aus. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Forschungsergebnisse zu Chlorella und anderen Algen durchaus vielversprechend sind. Bis wir allerdings mehr Humandaten haben, gilt weiterhin die Empfehlung für vegan lebende Menschen, dass sie ihre B12-Versorgung durch angereiherte Lebensmittel oder ein B12-Nahrungsergänzungsmittel sicherstellen. Dennoch sind diese Ergebnisse schon jetzt relevant und interessant, denn dieses Totschlagargument, dass wieder ein B12 einzig und allein in tierischen Produkten vorkommt und somit eine vegane Ernährung unnatürlich wäre, kann man durch die jetzigen Forschungsergebnisse bereits entkräftigen. Denn sowohl fermentierte Lebensmittel, die die richtigen Bakterienkulturen verwenden, als auch einige Algenarten gelten als vielversprechende zukünftige rein pflanzliche B12-Lieferanten. Wenn man mehr zum Thema Pflanzernährung erfahren möchte, kann man das sehr gerne in meinem Buch Vegan Klischee Idee tun. Darüber hinaus in meiner vier-tägigen Ernährungsseminare Mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden durch Pflanzernährung in Berlin. Und wenn man zukünftig kein neues Video mehr verpassen möchte und meine Arbeit auf YouTube unterstützen möchte, freue ich mich sehr, wenn man meinen Kanal abonniert und die Benachrichtigungen aktiviert, um zukünftig kein neues Video mehr zu verpassen. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen.